Olli Eurofant, Eda Euromausi und natürlich Ed Euromaus, die Kabarett-Showband. Oh, sind Sie nicht fantastisch? Ich freue mich sehr, dass Sie da seid. Und jetzt, meine Damen und Herren, ein tolles Nummer, eine wahre Sensation. Hier ist Jenny Kastein. 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 Applaus Meine Damen und Herren, Jenny Kastai! Applaus Liebe Kinder, das war eine sehr gefährliche Nummer. Bitte macht das nie zu Hause nach. Macht es in der Schule, dann sehen wir es mehr. Oui! War nur ein Scherz. Und nun, Mesdames, Messieurs, präsentieren wir Ihnen eine Tierdressur, wie Sie sie garantiert noch nie gesehen haben. Hier sind Börkli, Älter, Euromausi und ihre spektakulären Tiere. Ja! Wie ist das? Ja! Ja! Ja, ja, ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Kommen wir gestern aus Deutschland? Ah, tu ich. Aber lassen wir das. Jetzt möchte ich Sie in das schönste Land der Welt entführen. Meine Damen und Herren, la Magie de la France. Das war's für heute. 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 Genau. Wir alle zusammen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.